Norddeutscher Rundfunk 2021 Fehlt jetzt eigentlich noch wer? Die drei Jungs aus meinem Fußballverein und Hände aus meiner Klasse sind ja schon da. Die kennst du ja. Und jetzt kommt nur noch Luis aus meiner Klasse. Der ist neu, aber der ist voll nett. Ah, und Luis spielt da auch Fußball? Weiß ich grad gar nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr sportlich. Hey, hallo! Du musst Luis sein. Ich bin die Mama von Tobi. Herzlich willkommen! Hey! Ja, wie geht's? Danke mal! Sagt mal, ihr seid doch alle Fußballer, oder? Ja. Und was für Positionen spielt ihr so? Ich bin der Abwehrchef. Ich bin der Spielmacher. Ich bin Mittelstürmer, der Goalgetter. Und du, Luis, spielst du auch Fußball? Ich... Ich bin Kinderschiedsrichter. Ist ja mega, Luis! Endlich haben wir einen richtigen Schiri unter uns! Keine Diskussionen und keine Streite mehr! Hey, cool! Vielleicht kannst du uns das Pfeifen ja auch beibringen! Hey! Hey! yn